Die Terroristen waren für uns nicht mehr erreichbar. Also wir könnten sie nicht mehr davon überzeugen, dass diese Gesellschaft in friedlicher Weise reformierbar ist. Also wir, also beispielsweise auch ich, haben den Weg durch die Institutionen angetreten. Über FDP-Parteitage, über die Gesetzgebung, über eine neue Politik, eine neue Deutschland- und Ostpolitik. Die Terroristen und ihr engeres Umfeld waren dafür nicht mehr erreichbar. Sie wollten das System abschaffen. Sie bekämpften das System, indem sie also brutale Gewalt angewandt haben und versuchten auf diese Weise die Sympathie der Massen zu gewinnen. Eine abstruse Idee, aber sie haben ja am Anfang Repräsentanten des Staates als Zielobjekte gehabt. Sie haben in Kauf genommen, dass Begleitpersonen getötet wurden. Aber sie haben die Bevölkerung nicht ins Visier genommen, anders als die heutigen Dschihad-Terroristen. Also sie wollten, sie hatten die abstruse Vorstellung, sie könnten Reformen bewirken, indem sie das System auf so eine massive Weise herausgefordert haben. Sie haben das ganze Gegenteil bewirkt. Das System hat überreagiert, hat den Staat hässlicher gemacht, hat Gesetze geschaffen, die die Freiheit eingeschränkt haben, teilweise notwendigerweise. Das heißt, sie haben im Grunde alle ihre Ziele nicht erreicht. Und der Kapitalismus, den sie bekämpft haben, ist danach stärker gewesen denn je. Das ist das, was die größte Idee. Das ist das, was die größte Idee. Das ist das, was die größte Idee. Vielen Dank.